hallo ich bin's der Matthias heute mache ich wieder mal ein video von meiner sehr beeindruckenden megagroßen Goliath Vogelspinne und zwar die rachel meine theroposastü und in diesem video seht ihr ihre besten kills und schaut mal mit was für eine ruhe und gelassenheit sie ihre beutetiere tötet ohne hektik ohne eile und einfach schön zu beobachten sie ist die größte Vogelspinne die ich zurzeit halte ich bin immer wieder von ihr sehr beeindruckt dass sie auch sehr zeigefreudig ist und ich sie jeden tag zu gesicht bekomme das ist für mich eine wahre freude dass sie auch sehen kann jeden tag ok lasst mich jetzt das video weiterlaufen bis euch gefallen hat lasst bitte ein like da ansonsten see you later bis zum nächsten mal danke ciao und ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.